NAME YOUR GAME Ich kann noch mal eine Fähigkeit machen, oder? Gabs nicht noch Kuchen? Ja, so viel Action macht einen wirklich hungrig! Bitte lass mich raus, bitte lass mich raus! Bitte lass mich raus, bitte lass mich raus! Das ist ja... Frech. Die hat nichts falsch gemacht. Hol mich hier raus! Bitte! Können wir ja selbst machen, oder? Ja... Dankeschön! Ach die Arme! Wir gehen, wir rächen uns nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Es ging nicht so gut, ne? Die Party! Die meisten haben nichts getrunken! Erste Besprechung! Lass das ein! Wegen dir haben wir Ärger! Also hör jetzt auf! Er übernimmt für Dr. Matthews! Er wird sich also ab jetzt nicht kümmern! Er scheint sehr nett zu sein! Das finde ich auch gut, dass es das Höhen-Element gibt! Also dass man rauf und runter kann! Ich warte hier, Schätzchen! So, wir wechseln zu ihr! Hallo, Jodie! Komm her! Hallo, Mister! Mein Name ist Nathan! Nathan Dawkins! Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen! So ein Creep! Was springt für mich raus? Des menschlichen Gehirns! Paranormale Aktivität! Ja! Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund! Wir ziehen es jetzt mit Ehrlichkeit durch! Das weiß ich nicht! Ist er ein Geist? Das weiß ich auch nicht! Das weiß ich auch nicht! Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Könntest du ihn für mich malen? Nein! Weiß ich nicht! Der lässt nicht locker! Mach halt irgendwie was! Irgendwas wird dir schon einfallen! Aber ich möchte ihn einfach so fassen! Ja! Ich würde es nicht so fassen! Ja! Ich würde es nicht so fassen! Ich müsste den Schritt und den Schritt einfach wegsать nehmen! Ja! Ja! Wenn es ja nicht so für dich zu brauchen ist! Ich würde es nicht so machen! Ich würde meine, dass er nicht so richtig hier bringen! Ich würde es nicht so machen! Stößt dich, wenn ich es ansehe? Nein. Also, dieses Ding ist dein Freund und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine Schnur. Ist er jetzt gerade hier? Kannst du ihn bitten, was zu machen? Jo, machen wir kurz. Dann glaubt das. Hier. Professor. Jawohl. Ich sag einem nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Das weiß ich nicht. Es waren die Monster. Wer sind die Monster? Jetzt wird's komisch. Wer zur Hölle sind die Monster? Willkommen bei der CIA. Jetzt wird's richtig heavy. Drei Jahre? Ich hab morgen früh um fünf. Seid tündlich. Junge, da hättet ihr mir schon was Luxuriöseres besorgen können. Das ist ja hier. Die billigste Absteige. Erstmal die Haare geschnitten. Das ist schwierig gewesen. Nochmal. Sehr gut. Muscle-up. Der Asiate peitscht uns an. Der rüstet mich für einen Krieg. Oder was soll das? Ja. Ja. Das ist die falsche Richtung. Nochmal. Gut, das hat ja lange genug gedauert. Was wir hier alles lernen müssten. Perfekt. Du musst jetzt wieder in Deckung gehen. Ja. Jawoll. Sehr gut. Ja, Entschuldigung. Los, gleich von vorn. Ach nee. Komm schon, komm raus da. Ich glaube, jetzt weiß ich wie. Komm schon, komm raus da. Perfekt. Komm schon, komm raus da. Nein, nein, also. Ach nee, komm schon. Komm schon. Komm raus da. Komm schon. Komm schon, komm raus da. Den in Deckung? Du musst jetzt wieder in Deckung gehen. Das ist jetzt gut. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. gut sehr gut es ist auch schwer so manchmal erkennt er nicht so genau perfekt dankeschön jawohl das letzte noch bist du zufrieden mein lieber und jetzt weiter Aua Aua wusste nicht in welche richtung der hat auch schon eine blutige Nase sehr gut fette Arsch sagt er da ist ja nichts dran Matschbirne für mich schon so ist er so streng ja ja nice Spagate auch noch wo zweckst es denn jawohl die kann mich ja auch noch heilen das ist ja echt ein hartes Training und jetzt muss ich noch gegen zwei ankommen das glaubt ihr wohl selber nicht das glaubt ihr wohl selber nicht jawohl sehr schön er bricht ihm doch nix nicht übel müde bitte ich geh zur ruhe ja so fast 3 live bedingungen hier rein da perfekt jetzt haben wir ihn abgelenkt Aua ist das geil da ist auch was perfekt perfekt was für eine Kampfmaschine die Rolle ist doch da sind zwei super 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 ist in Deckung bleiben so kann ich hier auch rauf kann ich hier auch rauf perfekt will da rüberspielen kriegen wir den ab jawohl jawohl well done boah luftangriff nicht übel jody aber wenn das kein training wäre dann wärst du jetzt tot shit gut gemacht gut gemacht willkommen bei der cia danke ja jody willkommen bei der agency du bist mit dabei herzlichen glückwunsch herzlichen glückwunsch glückwunsch Vielen Dank.